So liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Und der heißt, der Gegner ist Vorwerder Bremen. Ja, gehen wir rein ins Match. Weiterbissweise in Richtung Match. Letztlich, glaube ich, in Düsseldorf haben wir gewonnen. Und ja, das wollen wir heute natürlich wieder. Oh, die Truppe ist aber eingeschlagen. Ja, scheiße. Natürlich. Das heißt, ich darf rotieren. Dann in so einem wichtigen Spiel. Savage. Richter mal rausnehmen. Ich will nicht gerade, ob ich da rechts einsetzen soll. Ja, probieren wir es einfach. Wir verkacken es richtig gegen Bremen. Wie auch gegen Hoffenheim vor einiger Zeit. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal gucken, das war. Wer hat auch schlagen können. Naja, oder, ja. Ja, weder wir gewinnen das Ding oder wir verlieren es halt. Oder es wird unentschieden, wie auch immer. Ja, wir würden schon was werden. Gehen wir schon hin. Gehen wir schon hin. so auf geht's ins match viele sind sehr gespannt was sebastian rudy heute alles sein kann denn er steht hier vor dem duell gegen seinen früheren klub jetzt zeigen sie mit rasch ist ja nicht anders liebe fußballfreunde ich möchte sie sehr herzlich begrüßen zu dieser partie mein name ist vollfuß neben mir sitzt man muss man wir werden sie durch dieses spiel begleiten und heute übertragen wegen den spiel aus der bundesliga schalte gut viel gegen fernabreben ein interessantes liebespiel nachdem war man sagt sie heute spalten wollen sie spalten rücken ich habe eine hohe erwartung heute es wurde in den letzten Tagen wegen den fängigen ist es heute das erste spiel gegen seinen früheren klub das ist mit sicherheit keine einkaufmerkung erkennt den Verein erkennt die Fails und kann er das alles in den Nachricht stellen und sich auf seinen neuen drücken ich glaube schon es ist größer sehen wir uns zuerst so viel bei einem rechten können ich nochmal vor dem spiel, nach dem spiel da gibt es wahrscheinlich trotzdem nicht die Gefühle aber aus dem Rasen nein es ist der Trainer ähnlich denn er bringt ihn so geht's sofort los geht's in so langsam in Richtung Winterpause da haben wir die Anfangsformation der Stalker ich muss halt durchwechseln wir wollen aber mit einem geballten Mittelfeld schon nach Deutschland wollen die Druck austoben auch nicht und äh den Götter zwischen auf geht's ich muss hier auch da muss ich auch für alle ach Das war ein Glück, da haben wir sehr schnell geschaltet, dass der Kowalanski da durchgeben wollte. So ist wieder kein Elfmeter, oder so ist der Ball noch trotzdem drin, Einzug für die Gäste hier. Eckestein. Ja, ein blitzsauberer Konter der Bremer, muss man sagen. Gut gespielt. Bela Kotschab kommt mit der Grenze nicht hin, Akkoguma steht falsch, Rögelstein nickt das Ding ein. Sender ohne Chance. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Schüss. Und sogar. Ciao. Momentan ist da hinten kaum ein durchkommen. In der Volkswagen Arena ist was passiert, der Tor ist gefallen. Alle Infos gibt es jetzt. August Winshorn. Der hat 4 zu 4 Platz da außen. Neuer Spielstandard mit 1 zu 0. Gespielt sind 13 Minuten. Interessante. Rashiza dafür. Power jetzt überraschend zu haben. Bisschen Platz auf der rechten Seite, nicht viel aber hat ein bisschen Platz. Glück gehabt, dass der nämlich, ah, dass der nicht raus war, aber da kommt der Pass auch nicht an. Schönes Pressing jetzt. Aber siehste. Milos Veljkovic. Oh, Herr Gestein sitzt durch und der Tanze aus und dann könnte das jetzt aus 2-0 sein. Nein, das ist nicht. Aber das ist, ja, Zitter war dran. Zitter war dran. Eine kurze Ecke. Jetzt die Flanke. Ich hab ihn. Erstmal. Na, Bremer ist genau richtig. Und da war die Schalker kommen gar nicht nach vorne, weil die Bremer sofort auf Druck draufgehen. Ja, da geht sie sofort. Keine Chance, überhaupt irgendwie in diesen Zweikampf zu kommen, in die Situation zu kommen. Jawohl, gut. Keine Chance, aber Bremer macht sofort Druck. Die geht sofort drauf. Die gehen machen, tun und abseits. Die Schalker kommen, wenn sie die Welle auch nicht durchbekommen, so wie sie es eigentlich gewohnt sind. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Ja, wir haben hier das erste Tor für die TSG Hoffenheim. Neuer Spielstand damit eins zu hoch. So, jetzt mal. Und dann ist es endlich mal passiert, dass es mal endlich diesen... Abseits. Da haben wir die Szene nochmal. Ich sage... Ach, das ist die Fußspitze. Da haben wir zumindest mal endlich einen Ball durchbekommen. Und dann wird das auch gefährlich. Und dann sind die Schalker auch locker in der Lage, das Ding hier heute auf ein Tor zu machen. Aber, wie gesagt, ein bisschen gelöst ist für die Bremer, dass die Absatz gepfiffen wurde. Aber ich sage, dass die starke Spieler Bremer... Ja, jetzt haben wir es. Sehr gutes Tech. Vielleicht jetzt mal. Dann kann jetzt... Spiele sind Müller jetzt rechtzeitig spielen, dass er keine Abseits nicht um Abseits geht. Ja, ganz stark gemacht. Das gibt mir gut gelöst. Abseits ist es jetzt gerade... Gefällt mir gar nicht. Viel zu viele Abseitspositionen. Also zwei, jetzt eine Zahl, klar. Ja, aber... Bei einem Arm ausgefällt mir mein Spiel nicht und B läuft es gerade überhaupt nicht. Schön, gut geholt. Weil auf Kowalanski... Gegen August sieht so, die Flanke soll kommen, aber... Kommt nicht. Der Lange war... Das Lange war ein von August 7. Ecke. Ja, der wird nämlich gepasst. Der wäre unten drin gewesen. Die Ecke kommt rein. Weiter die Szene immer noch gefahren. Nächste Ecke. Kommt. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Zur Pause steht es 1 zu 0. Knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine spannende Partie, wie ich finde. Pushy. Ihr habt mal schon das Gefühl, dass jedes Tor entscheidend sein könnte. Ja, 10. Minute, Enkelstein. Die einzige Chance der Bremer wirklich gehen. 2 Minuten. Sie hatten also eine gute Situation noch. Aber guck, war es in der zweiten Halbzeit noch passiert. Und jetzt geht es hier weiter. Ja, du verlierst gegen Hoffenheim. Du verlierst jetzt gegen Bremen, wenn du Pech hast. Es gab einen Elfmeter auf einem anderen Platz. Deswegen mal kurz rüber. Habe ich gesagt. Es sind noch 45 Minuten zu spielen. Kurbilanski. Komm, aber nicht rein. Der neue Spielstand lautet damit also 2 zu 1. Gespielt sind hier 48 Minuten. Danke für dieses kurze Zeit. Ciao. Und. Kaleitschüt. Und jetzt ist es das 1 zu 1. Der kann auch... Der muss zählen. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Oh, dieses Rauschitzer. Es ist tatsächlich sogar Milot Rauschitzer, der trifft. Ja, erst Kaleitschütz, dann hält der Keeper den aber wirklich gut. Und dann kann er aber nicht mehr viel machen. Das Tor ist da. An sich selbst zuzustellen. Tor Nummer 3. 5 Meter Draschützer. Den Ausgleich geschafft. 1,1. Das war die Hausaufgabe gemalt. Wie das Ding reingewirkt. Wie auch immer. Wieser Bote gegen Ludwig. Der kommt überhaupt nicht hin. Schöne, ein fändlicher Vorstoß. Mit viel Augen. Schönes Ding. Klasse. Wald heißt es auch wieder Bundesliga-Fußball für Schalke. Dann geht es auswärts gegen den Vf. Schuttgart. Ja, in Schuttgart hat sich noch. Reizvolle Ansätze. Und vielleicht sind sie, liebe Zuschauer, dann ja wieder dabei. schade ja mal wo sie jala der die nächste schon kommt bis zum spiel überhaupt besser spiel ecke kommt sie alle gut gemacht was sie alles wo sie ja der kommt aber nicht vorbei im parallel spiel ist ein tor gefallen wir geben kurz mal ab ins studio wieder musikal jetzt mal muss ich ja jetzt mal kommt das ist gut gemacht ja der macht jetzt ein bisschen mehr war mehr druck und mehr power die checker sind jetzt drin in der partie die ane gerhardt die nächste partie der bremer steht an und gegen den es geht zeigt und weg abseits oder für mich doch nein es ist keiner sagt dass ich die trichter schöne zu spielen ja jetzt kommt die bremer wieder in der pappel ein schönes ding wo sie alle da kommt ja versuchen wir wollen natürlich dieses ding nach hause mitnehmen gewinnen ja was ist was versuchen jetzt irgendwie sind ja das ist die jungs bis zum angeschlagen das ist vor gedreht die partie gegen das war wer und genau deswegen steht der kala tisch der vorderen 195 groß den konnten wir nur ein nicken die weggekommen es war durch die erste ecke die so gefährlich kommen und dann ist er stark und widerstehlich wird sich dadurch die nummer vier oder passt das ding plötzlich ja auch noch mal das ding gedreht sind das saison tor und sie haben die führung kurzer blick zu uhr für den stunden weg geblieben oder der einwurf der war okay vor uns ist nämlich mit so und jetzt gehen sie über die flügel apolino gut gelöst und der legt den hinten rein 3 1 paulino ja wie kann damit gehen da wollten da hat immer die glücklichen quer mit dem tempo zieht abend er war einfach zu schnell für sie und versenkt das ding eiskalt das sind sie zum tor aber muss eigentlich sagen dass die bremer ist wirklich gut gemacht haben wir heute sind wirklich die vorliegen mehr wer die ersten 60 minuten und dann haben die schalke einfach die chancen bekommen und auch genutzt haben sie nämlich nicht bekommen paulinio tempos herz wo baulinio die decke jetzt kann er noch weg er kommt in die mitte was für eine rettung start hallo weg sind schicke ich gar nicht hinterher der es nicht platz latzer kopf kann auch nicht mitgehen kommt das tempo nicht meld kann nur zuziehen und die bremer wenn das super super konnte nach der schalke ecke paulinio muss ja lass ich viel versprechen wo sie jalla schade hab dich und dann ist aus 3 1 denn schon die schalke erschlagen wir das verwerber und sie holen hier den knappen sieg tuch habe ich habe mega arbeit sich das war eine hartes stück arbeit wenn wir in bremer uns gut gemacht respekt auf den verteilen ja 53 ist der ausgleich dafür sitzt der achtensitze diese doppelt schlag ja hier kann auch schon auf 24 minuten 20 fallen und dann haben sie schwieriger eigentlich war hier der ausgerissen abseits ja wir haben es geschafft wir haben die partie geschlagen geschafft also ein bisschen weil sie erfolgreich geschafft herbe leipzig und er will letztlich und die kindes körper sind 13 zu 3 ja die hoffen wir auch gegen uns schon gewonnen so mal kurz eine so gut da würde ich sagen machen wir mal feiern wir sind in der nächsten folge wieder und dann geht's weiter mit dem aussatz spiel in stuttgart